Hallo Leute, heute spielen wir Peppy Wonder Worlds. Dabei ist der Julian. Hallo, ich bin's. Warum steht da liebe Eltern? Vielleicht ein Erwachsenenspieler, warte. Heute testen wir die Welt. Also, die hab ich hier auch. Ich bin mal hier oben. Ich hab das schon mal gespielt. Ich spiel das öfters. Cooles Spiel. Ich spiel das auch öfter. Und... Ja. Okay. Wo ist die... Wo ist die Prinzessin? Und hier ist... Ich sag immer, dass die ist die... ...Kristallprinzessin ist. Ja. Ja, und hang mal runter. Und... So, ich zieh dir jetzt mal was an. Wenn wir noch eine Story damit machen wollen, könnt ihr das... uns wirklich... ...gern sagen. So, du ziehst dir jetzt mal... ...kurzes Kleid an, würde ich sagen. So, ähm... So, ähm... Oh, dann ziehst du... Oh, dann ziehst du... ...das an. Packst die Krone da rein. Ich stürze das hier oben drauf. Ähm... ...mach dann heute eine... Wo sollen wir denn runter zur Kelle? Ähm... Warte... Die lassen wir einfach mal... ...hier ein bisschen rumtollen, ne? Gehen wir runter. Hier ist dann... ...Sie hier. Und ich würd sagen, die macht jetzt hier jetzt ein bisschen... ...Gartenarbeit, ne? Ja. Ich geh noch raus. Ich lass die mal dran. Zuerst ist, gießt ihr die Blumen. Trinkt ihr das? Ähm... Oh, dann... Oh, nein, das wollte ich nicht. Das ist nur... ...mit wir... ...Film. So. Eine Rose. Was soll das da stehen? Ach so, hier sind noch mehr. Ähm... Ja. So. Okay, dann nicht. Dann kommen wir hier zum Drachen. Dann machen wir die Tür auf. Machen wir die Kittertür auf. Dann darf die Drache auch ein bisschen rauskommen. Hier ist, ähm... ...ne Tür, wo ganz schön viel dran ist. Hier ist so ein... Okay, irgend so ein Dings. Ah, hier kann er, glaube ich, sein... Ja, das ist für mich. Du, 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 du... Ähm... Hier ist dann ne Bar. Ja, ich will was trinken. Okay, dann gehen wir ein Stock höher. Ne runter. Ganz runter. Nein. Out. Ähm, ganz runter geh ich, ne? Oh, hier. Ich hab Kleber auf der Hand und der Drack ist gerade. Das find ich voll cool. Nein. Ähm, so. Komm, ich kann das auch eigentlich... Naher noch ne Decke mit hochnehmen, ne? Also echt. Nerven mir heutzutage. Ähm, und, ah, jucken. Hier oben sind Waffen, genau. Die hab ich mir echt noch nie richtig angeguckt. Ich hatte ja auch die Waffen auch mal an. Läu. 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 Du hab ein Spitzel gehört. Ah, ja. Tschüss. Bam. In die Fresse. Geht das? Oh, ne. Ähm, so. Okay, dann geh ich hier hin. Ja. Ähm. Kann nicht? Nein. Kann ich nicht. Ähm, was ist mit der? Ja, die macht die Mooskappen. Schnell. Schnell. Äh. Nein. Ich glaub noch eine. Gibt es eine heulende? Ja, genau. Nicht weinen. Ich finde das sogar... Schön. Ja, das waren alle. Hier. Warte, was ist mit der denn los? Oh, oh. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Hier ist dann so ein... Oh, mein Gott. Aber ich glaube, es gibt auch von denen genau eine Mutter. Leute, ihr habt was zugemacht. Eine Familie. Das ist auch ein Mädchen, weil die pinke Hörner hat. Was kann man mit der hier? Das, äh. Gehst du zu Descenders? Ja. So, okay. Hier waren wir schon. Gehst du zu Descenders? Dann gehen wir ganz runter. Wie gefängnis ist das? Ach so, da. Zum Kerker, da gehen wir gleich. Oh, hier ist eine Familie. Ja. Die lebt hier. So. Hä? Finde ich echt toll, dass die auch hier eine Familie hingebaut haben. Ich räume hier ein bisschen auf. So, du kannst mal was schönes kochen. Hier, warte. Geht das? Nee. Du köpst das nur alles bei... 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 Du köpst das nur alles bei Schussbund. Ja, Schussbund. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. So ganz, wie ich es erwartet habe. Ja, dann kostet halt sowas. Ähm. Übrigens, heute wird ein bisschen längeres, weil heute machen wir beide Inseln. Ja. Also zeige ich euch beide Inseln mit Julian. Ja. Er könnte ein bisschen länger dauern, aber ist ja nicht schlimm. Ja, so. Ja, so. Er sagte... Ach, Trink Thomas hier. Na, Herr Peter. Was bist du denn? Hi, Herr Mr. Fettsack. Ähm. Oh, das ähm... Wenn... Wenn ihr wollt, dass wir von Herr Fettsack auch noch Videos machen, das ist nämlich ein Kackhaufen. Und den hat Julian Fettsack genannt. Weil er extrem dick ist. Oh, hier guck mal. Kommen. Kommen. Sieht man den aus? Nein, sieht man nicht. Oh, hier ist so ne... Schatz, toll genau. Hallo. Herr Fettsack. Herr Fettsack sieht man nicht nur dann. Alter, was ist das denn für eine? Die hab ich ja noch nie gesehen. Hä? Doch. Den, 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 den. Kennst du die nicht mehr, wo die letztlich waren? Bing, 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 bing. So. Jetzt ist es da drauf. Hier ist da noch so ein... Schau mir. Hä? Müsste... Dummy... Das geht doch, oder? Fettsack. Nein, das geht nicht. Ähm. Nehm mal den rein und den Bulle noch einen. Hey, Fettsack! So. Okay, dann hab ich hier, glaub ich, alles angeguckt. Hm. Wo ist überhaupt das? Oh, ich glaub, ihr habt... Ja, wo hab ich den Fettsack hin? Fettsack, den hast du in der Hand, Julian. Hallo? Ach nee, Fettsack... Wo ist Fettsack? Ach, den hast du da hinten hingeschmissen. Ja. Und so, dann gehen wir in diesem Land. Wo wollen wir denn da hin? Ich geh zur Prinzessin. Alkohol träum ich auch hin. Ähm. Okay. Is a bad type. Hä? Kann man doch. Was? Starten. Oh, Julian. Oh, Julian. Du musst das können. Das ist nichts von müssen, sondern können. Falls ihr wollt, dass wir noch von den Real-Funky-Beans was machen wollen, dann... Ja, okay. Hier können... Geh pennen. Hier... Du! Und er ist tot. Ähm. Halt deinen Mund. Halt deinen Maul. Oh, wow. Oh. Alter, der Scheiße. Hey. Äh. Okay. Hier ist noch so ein Schrank. Ähm. Okay. Zähne putzen von der Leine. Fällt irgendwas... Ist das ein Müllhammer? Ah, hier ist eine Toilette. 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 Ah, hier ist der Zauberhammer. Ding, ding, ding. Äh, so. Hier geht's nicht weiter. Hier ist der Schmied. Gehen wir mal runter. Ja. Gehen wir mal zu Lösen. Okay. Ja, was ist das denn für ein Dödi? Hier, ähm. Hier gibt's ja so ein... Bild. Das bevorzuge ich mal. Halt deine Schnauze. Schling die auch, wenn die ganz woanders ist. Alter. Ja. Damit kann man eine gute Story machen. Ähm. Scheiße, Brot und Miauts. Jetzt nimmst du das Ding. Nein. Ding, 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 ding. Ich hatte so eine Idee. Okay. Und jetzt schön. Es ist nah. Wie § Okay, Spaß beiseite. Hier sind unsere Ferre. Oh, ich bin das beste Ferter bei einem Horst. Hier ist noch eine fette Mama. Hier, brütt dir deine Eier doch gleich aus. Ah, eklig. Was ist eklig? Das ist ein Popel. Guck, das ist einfach so gut. Fast gar nicht. Doch. So, hier ist denn so ein Gefängnis. Oh, ich bin der Vierzig. Vierzig, Vierzig, Vierzig. Ey, die Zuschauer sind noch da. Ja, ich wills. Ähm... Ey, du musst noch was ist denn nicht zu machen. Was ist denn nicht, musst du noch zu machen? Nein. Jetzt bin ich rausgegangen. Was habe ich denn noch nicht gezeigt? Oh, ich habe schon alles gezeigt. Außer du nicht. Und damit wäre das Video eigentlich schon vorbei. Und dann schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ein neues Video sei. Und abonniert bitte und vergesst nicht den Kanal zu liken. Äh, das kriegt dumm. Andersrum, ähm, like bitte und äh, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Ja. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh... Äh... Haha.